Teil 2 des Kunstgenusses Am frühen Abend Singelung hat sich und das freut mich und beruhigt mich gut entwickelt kommen immer wieder neue Sängerinnen neue Sänger dazu ähnlich wie bei euch in Gallen haben wir heute auch einige Ausfälle wir haben mittlerweile aktive Sängerinnen und Sänger 28 gerne vorbeikommen zur Probe Bietzhafs 18.30 St. Peter Gemeindehaus in der Feldstraße 3 weil es nun Weinfest ist haben wir extra für euch jetzt auch schon mal auch Weillieder eingeübt die heute Premiere haben als erstes singen wir auf das Leben auf die Liebe und auf den Wein als zweites und dann einer unserer Klassiker ich wollte nie erwachsen sein Nesaias Lied als drittes auch wenn er heute Abend nicht im Ausschrank ist griechischer Wein kein rein hessischer sondern griechischer Wein und wenn ihr dann vor Begeisterung schon auf den Tischen tanzt lassen wir uns vielleicht noch zu einer Zugabe überzeugen ich wünsche euch viel Vergnügen Applaus Applaus bieter bieter klingelt bieter bieter der uns erfrischen kann, froh, schlose da. Auf das Leben, auf die Liebe, auf den Spaß und den Humor. Auf die Freude, auf die Freunde, auf die Freundschaft hier im Grund. Auf das Leben, auf die Liebe, darauf heben wir das Gras. Wenn wir singen, wenn wir trinken, macht das Leben richtig Spaß. Wenn wir singen, wenn wir trinken, macht das Leben richtig Spaß. Wenn die Musik erklingt, wenn froh ein Lieder singt. Dann freut sich jeder Mann, um schlose da. Auf das Leben, auf die Liebe, auf den Spaß und den Humor. Auf die Freude, auf die Freunde, auf die Freundschaft hier im Grund. Auf das Leben, auf die Liebe, darauf heben wir das Gras. Wenn wir singen, wenn wir trinken, macht das Leben richtig Spaß. Wenn wir singen, wenn wir trinken, macht das Leben richtig Spaß.